Hallo, ich bin der Franz Schwarzenbacher. Ich bin der Willi Kentner von der Firma ReSound. Servus. Wir machen jetzt hier bei der ALS Challenge Vid, um auf ALS aufmerksam zu machen. Dann starten wir mal. Sind Sie gut? Wie ist denn der Sonne gut warm geworden? Fast schon gegart. Mega! Ich kann ja gar nicht sein, dass du schnell bist wie egal. Unfair. Aber... So, das Ganze machen wir natürlich so einen guten Zweck. Richtig. Darum nominiere ich jetzt mal den Gero Wurm, den Joey Mutzle und die Ify Meyer. Denkt dran, das ist von gutem Zweck. Ihr habt das eine Woche heute Zeit, um euch auch an der ALS Pepper Challenge zu beteiligen. Oder natürlich auch gerne einfach zu spenden. Jo. Ich nominiere den Menkinger Vollgas-Haufen, den Knoll Matthias und den... äh... ...die Singolder Faschings-Geroten. Ihr habt so eine Woche Zeit, also auf geht's, Gas geben, spenden. Das ist für einen guten Zweck, ohne nichts...